Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MEGACRAFT hier auf diesem Kanal. So und ich wollte den Keller ausbauen. Dafür brauchen wir das hier. Und den Chissel. Welche Steine Wolken kann man nehmen? Ich will den Boden nehmen. Wo ist die? Ah, das sind die ja klar. Was auf einer bestimmten Deckenhöhe. Hallo. Und da die Decke ist, ja. 1, 2, 3, 4. Und da kommt der Boden hin. Ah, Mann. In der Mitte wird's abgesetzt. Da kommt noch eine Klaustung. Und da kommt noch den Klaustung. Ja, ja, ja. Wunderbar. Ein, zwei, drei, sechs, sieben, acht, neun, und eins, zwei, drei, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Däh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? was or spell no 1, 2, 1, 2, 3, 1 Mach es mal so und dann loch ich die ganzen Sachen aus. Loch ich die ganzen Sachen aus. Hört sich auch gut an. Oh. Man, 3 rechne ich auch. Ich müsste nur noch 3 rin gehen. Eigentlich. Da sind die Maschinen. In der Wand sind die Maschinen. Dann ist das hier der Gang, den ich laufen kann. Wie geht es da runter? Da. Oh, das ist ein bisschen kompliziert. Wer überlegt sich denn so eine Kacke? Doch, jetzt müssen wir rausgehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das passt. Hui. Oh. Wenn ich alles gesammelt habe, kein Problem. So, da kommen die Maschinen da runter. Da runter. Oh na. Das muss ich ganz wahrscheinlich nicht, ob das alles so stimmt, wie ich mir gerade vorstelle. Das muss da rein. Da kommt. Oh Gott. Das muss ich jetzt mal rausgehen. Oh. Gucken, dass ihr es halt mitgebracht habt. Mit Kelle komplett ausbauen, mit Maschinen anrichten und so was alles. Ne, mach ich nicht offline. Ne, darf ich ja gar nicht. So. Wunderbar, wunderbar. Das reicht. Das reicht locker. So. Das sind die Stompels, die ich noch brauche. Ne, war die nicht, oder? So. 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 Und hier müsst ihr nicht sein. Genau. So. Und die Stompels. So. Sieht auch gut aus. Und die Stompels. ich weiß natürlich nicht ganz ich weiß nicht ich weiß nicht aber ich weiß nicht eh hier ist es hier ist es Wo heißen die? Guck mal ob ich die Böcke über existiert in der Version. Ja, die existieren, das ist gut. Die heißen die Factory Blocks. Okay, Factory Blocks, die werden nie gemacht. Die werden aus Stone und Eisen gemacht. Machen wir welche noch. So ist... Stone... Stone und... Iron. Machen wir mal so Spicedex. Oh, B3. Einmal fehlt der Tier. Uhhh, Ruckel. Die Technik muss auch noch ein Getung werden. Wuuuh. was aber so noch dass darunter ein platz ist dass da ein leerraum ist wie die ganzen kabel das was ich gerade im kopf ausgeplant habe genau das ist relativ cool ein platz möchte erreichen das ist das denn erst die decke ab hier beginnt da kann ich erst ab da zählen also 1 2 3 4 5 6 was hier geht da gab es ja noch mal ja ein seiler mal gucken klar Ah, ich glaub ja... Oh gut, gut. Kann ich nicht machen. Aber nicht schlimm. Dann... Ich brauch erstmal noch eine Decke. Koppel rein raus. Koppel groß! Oh, was soll ich die Wände machen? Das Marvel wär geil. Mal richtig Marvel zu finden ist auch anstrengend. Ich muss ja mal ein bisschen Marvel-Mine suchen. Okay, dann mach ich jetzt mal. Jetzt wird's ja relativ gut aus. Ja, das war's. Ja, das war's. 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 Warte mal. Das war's. 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 Mal ganz kurz eine kleine Probe. Ich mach mal eine Probe an der Wand. Ich hab's gebracht. Mit der Bl mails die Kacke. Oh, mmh! Ah, so kicked's Wohnen. Den суп. Mh, den fact τοocks. Oh, das war's. Oh. Oh, daوقpell die Kacke. oh redwood oh noch mal Machen wir weiter den Cocker, das geht eigentlich. Das wäre cool gewesen, wenn es sich heute verbinden würde. Ja gut, ein bisschen andere Möglichkeiten haben, lass ich hier haben, so. Und auch, lass uns erstmal. Richtig andere Möglichkeiten haben. Soweit, soweit. Oh nein. Baselt. Stimmt, Baselt haben wir noch. So. 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 Genau, das möchte ich direkt haben. Vielleicht messe ich aber die ganze Karte runter. Ja, auf damit. Boah, das Karte ist wirklich sehr viel. Komm, mach Lack. Oh, das ist anstrengend. Äh. Kann ich Basalt schizzeln? Das ist die große Frage. Ich glaube, zum Bricks kann ich nicht machen. Kann ich nicht schizzeln. So, dann mach ich auf die zweite Ladung. Ein paar Symbolics kann ich jetzt machen. Genau. Sieht da relativ gut aus. Das hat sogar wahrscheinlich die gleiche große. Mit dem Boden. Okay. Okay. So. Genau. Was besser. Das heißt, ich darf erstmal auf Wabel und Basaltia gehen. Okay. 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 Das. Okay. Na. Ja. Okay. Oh, ich glaube, es ist nicht der Restiger. frische Marble nun auf die jagen aufmrischem Marble guten Morgen ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn es ist ich möchte noch ein bomb das lächelt mit so grad an 10 nach später hallo da komm wird ein stück was 3 stück das sick glaub ich mach doch wieder die farmaktore gut Leute das war's von der Fall wir sehen uns in der nächsten Folge vielleicht mit jetzt aber noch in der Mitte oder im Moment oh wir sehen uns in der Fall überhaupt allein tschau